Wer bekämpft professionell Schmutz, Schädlinge und üble Gerüche? NDL in Königsbronn. NDL steht für Naumanns Dienstleistungen, deren Schwerpunkt im Gesundheits- und Vorratsschutz liegt. Ein qualifiziertes Team kümmert sich kunden- und lösungsorientiert um Schimmelsanierung und wehrt wirksam Schädlinge und Tauben ab. Besonders hilfreich ist auch der 24-Stunden-Service für Notfälle mit Wespen oder Ratten. Unterstützung erhalten Sie des Weiteren bei der Geruchsbeseitigung, bei Desinfektionen sowie bei Tatort- und Spezialreinigungen wie etwa der Graffiti-Entfernung. Auf Wunsch werden außerdem Entrümpelungen durchgeführt sowie Fliegen- und Insektenschutzgitter eingebaut. NDL Naumanns Dienstleistungen punktet durch perfekten Service, enormes Fachwissen und professionelle Beratung. Wer TÜV und IHK geprüfte Qualität sucht, wird Sie in diesem Betrieb finden. Weitere Infos gibt's auf www.ndl-augsburg.de und auf www.schimmelladen-augsburg-königsbronn.de speziell zu Antischimmelprodukten. DÖV 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 Untertitelung des ZDF, 2020